Hallo alle zusammen! Auf diesem Wege möchte ich mich gerne für ein großartiges Jahr 2017 bei euch bedanken. Ich war im Februar auf Nightfall Symphony Tournee und durfte wieder viele von euch treffen und auch viele neue kennenlernen. Das ganze sah übrigens so aus. Oh, Sunlight, spread your wings to bluehides. Only you will decide what is next to become. Cloudy Acast, I want to fly mountain high. Sehr gut, Sieg ja was Sieg ja vor! Im Herbst war ich dann auf Laut- und Akustisch-Tournee unterwegs. Ausverkaufte Seele, vielen Dank dafür. Unter anderem war auch mein Song Afterglow mit dabei. Can wake us from the symphony, no more in the open, lucid dreams are frozen, let's go, the Afterglow. Nicht nur war ich 2017 auf Tournee, sondern ich durfte auch in der einen oder anderen, hat es vielleicht mitbekommen, zwei Duette mit dem Grafen aufnehmen. Ich freue mich ganz besonders auf das, was jetzt kommt. Ihr seht erstmalig den Song Guided Under Flag unter deiner Flagge am Brandenburger Tor. Viel Spaß dabei. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich freue mich sehr auf das Jahr 2018. Ich fahre mit Henning, Licky und Potti auf Tournee auf eine Zeitreise durch die unheilige Musikgeschichte und füge einige meiner eigenen Songs hinzu. Meine eigene Band wird also auch mit dabei sein. Eine großartige, tolle Geschichte, die wir zu erzählen haben. Und übrigens, mein drittes Album kommt auch. Untertitelung des ZDF, 2020